Generell, wenn wir uns dann später die Wirbeln anschauen, vom Aufbau her, hat jeder Wirbel gleiche Merkmale. Bis auf die ersten zwei Wirbel. Das könnt ihr euch einmal merken. Der erste Wirbel, das schauen wir uns dann später genauer an, ist der sogenannte Atlas. Benannt nach dem kleinen Typen, der die Welt trägt über sich. Die Welt hier ist synonym für den Kopf, für das Gehirn. Also der erste Wirbel ist der Atlas, da ist der Kopf oben. Unter dem Atlas kommt die Achsis, der Achsis. Im Prinzip schaut das Ganze so aus. Atlas, das ist wie ein Ring, der von der Sagittalebene wie ein Teller geformt ist. Und in dem Ring liegt der Fußball drinnen. Und dieser Fußball lässt sich drehen, in alle Richtungen. Das obere, das erste Kopfgelenk. Darunter haben wir den Axis. Ich schaue jetzt ein bisschen bemerkend aus. Das taugt mir sicher. Und unten dieser Axis, um dieser Axis kann sich der Atlas herumdrehen. So schaut das Ganze aus. Das heißt, der erste Wirbel, das erste Kopfgelenk, ist das sogenannte Yes-Joint auf Englisch. Weil da finden eher diese Ja-Nick-Bewegungen statt. Das zweite Kopfgelenk ist das No-Joint. Also eher Drehbewegungen finden zwischen Atlas und Achsis statt. Und alle Wirbeln darunter haben die gleichen Merkmale. Nur die ersten zwei schauen ein bisschen anders aus. Diese Merkmale schauen wir uns gleich an. Wir haben insgesamt in der Wirbelsäule 24 Wirbeln. Sieben Halswirbeln, zwölf Brustwirbeln, deswegen auch zwölf Rippenpaare. Bei jedem Brustwirbel entspringt ein Rippenpaar nach vorne. Irgendwelche Asiatischen . Lassen Sie sich die unterste Rippe rausnehmen, dass sie dünnere Teile hier haben. Auch ziemlich krank eigentlich. Und dann haben wir noch fünf Lendenwirbeln. Fünf Lendenwirbeln, insgesamt 24 Wirbeln. Zwischen allen Wirbeln haben wir Bandscheiben drinnen. Das könnt ihr euch einfach so vereinfacht vorstellen. Wir haben Ziegelsteine. Und die Ziegelsteine sind mit Mörtel verbunden miteinander. Nur dieser Mörtel ist eher wie ein Kleber, der bewegt ist in alle Richtungen. Also jeder Ziegel ist bewegt übereinander. Nur zwischen Atlas und Axis haben wir keine Bandscheiben. Deswegen 24 Wirbeln, 23 Bandscheiben. Wenn wir weiter runter gehen, haben wir hier unten, und das ist der Bereich, der uns im Training sehr interessiert, wo die meisten Trainer darauf achten sollen. Weil hier passieren laut Studienanlage die meisten Probleme in der Wirbelsäule. Nämlich im sogenannten Lumbosakralen Übergang. Der Übergang zwischen letzten Lendenwirbeln, fünften Lendenwirbeln und ersten Kreuzwirbeln. Da ist die letzte Bahnscheibe drinnen. Warum? Weil hier ein bewegliches Element auf ein starres Element trifft eher. Und hier finden sehr sehr große Bewegungen statt. Das ist immer der erste Grund. Ihr könnt euch immer merken, wenn ein Gelenk sehr bewegungsfähig ist, ist es sehr verletzungsanfällig. Und dazu wird natürlich der Wirbel oder die Bahnscheibe mit viel, viel mehr Gewicht belastet, als die Bahnscheibe da oben. Warum? Naja, weil da der ganze Oberkörper drauf wirkt. Also vom Körpergewicht her. Und auch noch ein großer Laster, wenn ich mich nach vorne beuge. So. Wenn wir uns das Kreuzbein anschauen, das Sacrum. Das Sacrum ist ein miteinander verschmolzene Wirbeln. Verknöcherte Wirbeln. Wie gesagt, beim Tier, früher noch, waren diese Wirbeln hier, wo man noch diese verknöcherte Bahnscheibe drinnen sieht, einzelne bewegliche Wirbeln. Wo dann unten der Schwanz weitergeht. Und da haben wir das Steißbein. Das Steißbein sind auch ungefähr drei, vier miteinander verwachsene Wirbeln. Für euch ist das ein Knochen. Ich setze da unten schon diese Vorrahmen, diese Löcher, wo unterschiedliche Nerven austreten. Unter anderem der Ischiasnerv. Wobei ich glaube, der Ischiasnerv, bin mir nicht sicher, ob der da durchgeht oder hier schon seitlich rauskommt. Genau aus dem Grund ist dieser Ischiasnerv sehr bekannt. Weil der Ischiasnerv versorgt hauptsächlich einen Großteil vom Unterkörper. Und wenn ihr hier unten Probleme habt mit der Bahnscheibe, wird sehr oft dieser Ischiasnerv tangiert, gestreift oder berührt mit der Bahnscheibe. So. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Wort. Nämlich Ableiten. Und Ableiten hat mehr mit statisch oder isometrisch oder halten zu tun als Dynamik. Also die Wirbelsäule haben wir nicht, oder die Gelenke oder die Muskeln der Wirbelsäule haben wir nicht hauptsächlich, damit Kräfte gebildet oder Beschleunigungen erzeugt werden. Sondern eher, dass Kräfte vom Oberkörper in den Unterkörper oder umgekehrt abgeleitet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. In sehr vielen Sportarten muss eine Kraft im Schultergelenk oder im Hüftgelenk erzeugt werden. Sprinten immer Hüftgelenk und Kniegelenk und über den Oberkörper abgeleitet werden. Also diese Kraftableitung spricht einmal sehr, sehr stark für eher isometrisches Bauchmuskeltraining, wenn es nicht um die Optik geht. Das ist auch wichtig, ok? Wenn es um alles andere, also um die Optik geht. Powerlifting, Weightlifting, Rugby, Football, was auch immer, ist eher die Wirbelsäule als starres Element zu sehen, das stark gehalten werden sollte. Dann schützt das Rückenmark natürlich, schauen wir uns dann genau an. Ist für Bewegungen zuständig, hat sehr viele Bewegungsfreiheiten. Also in einem Wirbel kann ich mich relativ wenig bewegen. Aber in den ganzen Zwischenwirbelgelenken, in Facettengelenken, kann ich sehr viele Bewegungen an sich durchführen. Also ich kann in einer Wirbelsäule machen eine Lateralflexion bis zu einem gewissen Grad. Meistens wird die Lateralflexion gestoppt, indem die unterste Rippe beim Beckenkamm ansteht. Wenn man sich so ein Skelett anschaut, sind alle diese Skelette, und ich weiß nicht warum die das so machen, sind alle diese Skelette eigentlich nicht richtig konstruiert. Weil greift sich bitte euch hier in den Beckenkamm her und an die unterste Rippe. Dann werdet ihr merken, da passen vielleicht zwei Finger rein. Okay? Da sind zwei Knochen, wo zwei, drei Finger reinpassen. Was passt da rein? Eine komplette Faust. Das heißt, die unterste Rippe ist sehr sehr nah am Beckenkamm. Und die stoppt diese Lateralflexion. Das spült man teilweise sehr stark. Dann können wir noch Flexionen und Extensionen machen und Üperextensionen und Rotationen natürlich. Und all diese Bewegungen, die ich jetzt gesagt habe, kann man miteinander kombinieren. Man kann ein Flexion machen und eine Rotation machen. Und die finden statt in unterschiedlichsten Abschnitten. Das heißt, die Lendenwirbelsäule ist eher für eine Flexion und Extension gebaut und weniger für eine Rotation. Und die Brustwirbelsäule ist mehr für eine Rotation gebaut, was ich jetzt im Kopf habe, und weniger für eine Extension und Flexion. Zu dem kommen wir auch später noch. Gut. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Dann schauen wir uns ganz kurz den Aufbau von Wirbel an. Wie gesagt, wir haben 24 Wirbel im Körper. Erste, zweite Wirbel sind Special. Alle anderen haben einen ähnlichen Aufbau. Der Aufbau schaut folgendermaßen aus. Wir starten einmal mit dem Wirbelkörper. Der Wirbelkörper schaut eigentlich aus wie eine Niere. Diese Form. Der Wirbelkörper ist genauso wie jeder andere Knochen aufgebaut. Ein Knochen ist so aufgebaut. Jeder Knochenmensch im Körper ist von außen nach innen. Außen ist die Knochenhaut, die Periost, die Knochenhaut. Da sind sehr, sehr viele Nerven drinnen. Das ist genau das, was Schmerz da um sich Schienbein anhaut. Außer man ist eine harte Sau wie der Fandam in Karate Tiger 3 und man tritt dauernd gegen einen Bambus. Dann kann man sich diese Knochenhaut, diese Nervenenden abtöten und man spürt nichts mehr. Das ist funktionelle Anpassung für einen, der ein anderer in die Goschen drehen will. Dann unter der Knochenhaut kommt die Knochenrinde, die Corticalis. Eine dicke Rinde. Das ist jetzt nicht die Corticalis, aber ihr könnt euch das so vorstellen. Dieser Rand ist die Corticalis. Und drinnen ist die Spongiosa, das Knochengeflecht. Spongiosa und das ganze besteht vom Mineralienanteil. Ich glaube ein Knochen hat nur 20% Mineralienanteil. Großteil ist das Calcium. Deswegen sollten wir Calcium essen, weil aus dem besteht der Knochen. Der Knochen lagert aber nur Calcium ein, wenn er einen Reiz bekommt. Wenn er einen Grund hat, das einzulagern. Also nur Milch trinken, bringt nichts wie mehr Knochendichte. Man braucht schon einen Reiz auf den Knochen. Und merkt euch, der Reiz auf den Knochen kommt entweder durch direkte Stoßeinwirkungen, Springen und Landen auf die Wirbelsäule oder durch Muskelzüge, dynamisches Krafttraining oder statisches Krafttraining. Dadurch wird der Knochendichter. Das gleiche für Muskelaufbau. Ich brauche Protein, den Baustoff und den Reiz, den Grund. Gut, so schaut das Ganze aus. Das machen wir so genau durch, weil der häufigste Bruch im menschlichen Körper mit Abstand sind Wirbeldecken, Wirbelendplatteneinbrüche. Noch vor Oberschenkelhalsbrüchen. Prozentual sind das die meist vorkommenden Brüche beim Menschen. Oft ohne, dass man es merkt. Aber wenn man sich eine Röntgenaufnahme anschaut von älteren Personen, sieht man, dass die Bandscheibe, aber da liegt die Bandscheibe drauf. Das ist die Draufsicht. Dass die Bandscheibe durch diese Platte da oben eingebrochen ist. Diese Platten brechen. Sehr, sehr häufig. Spar, bis man mal im Bett löst. Und der Lattenrost bricht und drängst du auch. Ja. Gut, von der Seite schaut das Ganze so aus. Ist mir schon mal passiert. So genau gehen wir das Ganze so aus. Das wird dann vier Stunden dauern. Aber diese Ringepiphyse ist auch wichtig für die Kraftaufleitung. Also ein großer Teil der Kraft wird über den Knochenrand abgeleitet und nicht über die Deckfläche. Gut, schauen wir weiter. Nächster Punkt. Gut, das machen wir jetzt nicht durch. Hier haben wir Ventral, hier haben wir Dorsal. Ventral heißt vorne, Dorsal heißt hinten. Hier ist die Draufsicht, also kranial betrachtet der Wirbel, von oben betrachtet. Wenn man sich den Wirbel anschaut, hier ist auf die Wirbelsäule rauf, haben wir jetzt hinten beim Wirbel, beim Wirbelkörper, den Wirbelbogen. Der Wirbelbogen. Warum habe ich einen Wirbelbogen? Ich habe den Körper und ich habe hinten den Wirbelbogen. So schaut das Ganze aus. Da ist hinten, da ist vorne. Penis hinter. Durch den Wirbelbogen läuft der Nervenkanal durch. Das heißt, die Nerven, die Stromleitung vom Körper wird durch den Wirbelbogen geschützt. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, über dem Konstrukt hier liegt ein zweites Konstrukt, das genauso ausschaut, habt ihr zwischen Wirbelbogen und dem Wirbelbogen einen Abstand. Das heißt, die Wirbelbögen stehen nicht zusammen. Die Wirbelkörper sind nämlich dick als der Wirbelbogen. Und zwischen diesen Abständen treten Nerven teilweise aus. In die Peripherie. Das sieht man da eh ab jedem 3D-Modell drinnen. Und den kleinen Zunfall, was da rausgehängt, sind abgeschnittene Nerven. Wenn man das ganz drinnen hält und denkt, das soll auch der Schnier oder der rausgehängt. Das war ein wenig unhandlich. Übrigens, das ist in die Hüften. Und das sind die, aus diesen kleinen Löchern kommen halt die Nerven raus. Aus dem unterschiedlichen Gewebe das Körper, das dann irgendwie innerwirkt. Ja. Je nachdem, wo man zum Beispiel einen, wie soll man sagen, einen Nervenstrang durch Trennung hat. Und ich glaube, man ist jetzt ganz knapp davor, dass man das wieder in die Richtung geht, dass man das heilen kann. Genickbruch zum Beispiel, also Genickbruch bis tot, ja. Weil das ist ganz so. Da ist alles darunter dann fertig. Aber je nachdem, wo man dieser Nervenstrang durchdreht wird wegen einem Unfall, ist das, was da runter liegt, gelähmt. So ungefähr kann man sich das jetzt vorstellen, okay. So. Dann. Dieser Wirbelbogen besteht aus dem Pediculi. Pedicul heißt, deswegen leitet sich das Wort Pedicure ab. Da heißt ein kleines Füßchen. Weil das Ganze ausschaut wie ein kleiner Fuß. Das sieht man jetzt da nicht auf dem Bild, aber in der Realität haben diese Habe halt gesagt, hey, das schaut so aus, wie die Namensnennung bei irgendwelchen eingeborenen Stämmen. Und deswegen hast du so. Kleiner Fuß. Und hinten ist die Lamina. Das ist diese hintere Band, die den Wirbelbogen abschließt. Hier ist der Nervenstrang drinnen. Schauen wir noch ein Stück weiter. Hier ist jetzt eh schon ein ganzer Wirbel. Also hier sind die Pediculi und hinten die Lamina. Dann schauen wir weiter. Dann haben wir hinten den Schwertfortsatz oder den Prozessus Spinosus. Oder den Prozessus Spinosi. Das sind die Dinge, die man durch die Wirbelsäule durchspürt. Bitte. Das macht ja der Alex eh durch, warum einige Personen einen sehr, sehr dicken Muskelbauch haben bei den Rückenstrecken, vor allem bei den lungballen Rückenstrecken. Und einige andere Personen scheinen da unten gar kein Fleisch zu haben. Dennis Wolf. Auf jeden Fall diesen Schwertfortsatz spürt man sehr, sehr stark beim siebten Halswirbel. Also dieser Knubbel, der da hinten rauskommt, auch beim Ronnie Coleman, ist der siebte Halswirbel. Der sogenannte Prozessus Prominenz. Der prominente Schwertfortsatz. Den spürt man sehr stark. Unter dieser siebten Halswirbel sollte zum Beispiel bei Kniebeugen beim High Barsquat die Stange liegen. Nicht darauf, nicht darüber. Da beginnt die Halswirbelsäule. Das ist der letzte Halswirbel. Der siebte Halswirbel. Und dann, wenn wir noch weiter schauen. Ah, hier haben wir jetzt schon einen ganz wichtigen Punkt. Nämlich die sogenannten Facettengelenke. Facettengelenke. Seht ihr hier, wie das Ganze ausschaut? Das könnt ihr euch dann hier auch nochmal anschauen. Ganz, ganz einfach erklärt. Wirbelkörper, Wirbelkörper, Facettengelenke. Jeder Wirbel hat vier Facettengelenke. Zwei zum unteren und zwei zum oberen. Hinten. Zwei Knochen, die so runter stehen. Warum habe ich die? Aus dem Grund. Sobald ich die Wirbelsäule nach vorne lehne, würden diese Ziegelsterne so nach vorne rutschen. Diese Bandscheibe hier dazwischen, dieser Mörtel, ist sehr sehr stark auf axiale Druckkräfte aufgebaut. Aber relativ schwach auf Scherkräfte. Das wisst ihr alle von Magneten. Zwei Magneten, die Microplates im Gym so auseinander bringen, ist schwer. So auseinander schieben ist relativ einfach. Deswegen habe ich die Facettengelenke. Weil die verhindern einen Wirbelkleiden. Die nehmen diese Scherkräfte auf. Also es ist sehr sehr wichtig, dass die Facettengelenke geschlossen sind. Geschlossen bedeutet, die Wirbelsäule sollte überstreckt bleiben. In einer anatomisch-physiologisch neutralen Stellung. Doppel-S-förmige Stellung. Sobald das passiert, ein Rundrücken, gehen die Facettengelenke auf. Und diese Scherkraft, das nach vorne rutschen vom Wirbel, müssen andere Strukturen aufhalten. Und nicht mehr ein Knochen. Und ein Knochen ist das stärkste im Körper. Nämlich Muskeln, Bänder, Sehnen, Bandscheiben usw. Je weiter der Oberkörper nach vorne geneigt wird, desto wichtiger wird das Ganze. Kreuzheben zum Beispiel. Und dann haben wir noch die Querfortsätze. Die gehen links und rechts weg. Stell uns mal die Frage, warum haben wir Fortsätze im Körper? Das ganze glöchene Skelett, der ganze skelettale Anteil, besteht eigentlich aus Fortsätzen. Diese Fortsätze, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, sind nichts anderes als eine funktionale Anpassung an die Schwerkraft. Nichts anderes. Ein Skelett vom Baby schaut zwar von der Entfernung genauso aus wie dieses Teil. Aber wenn man sich das genauer anschaut, und man vergleicht das Skelett mit der Form Baby, mit einer 40 Jahre alten Person, die Krafttraining betreibt, hat diese 40 Jahre alte Person ein viel, viel ausgebildeteres Skelett. Das bedeutet, alle diese Fortsätze, diese Knochenvorsprünge, sind bei einer erwachsenen Person viel Ärger ausgeprägt. Weil da setzen Muskeln an. Und wenn ein Muskel gegen die Schwerkraft trainiert, zieht er am Knochen. Und wenn ein Muskel an den Knochen zieht, zieht der Muskel so banal, wie das jetzt klingt, den Knochen genau in die Richtung, wo er hinzieht. Das heißt, die Muskulatur formt über die Schwerkraft den Knochen. Das ist ziemlich geil eigentlich. Und dann spielt natürlich auch die Genetik eine große Rolle. Weil ihr könnt euch Folgendes merken, je größer irgendwas vom Skelett ist im Körper drinnen, desto günstiger, sagen wir jetzt, das stimmt nicht hundertprozentig, ja? Aber je größer diese Fortsätze sind, desto stärker ist eine Person. Und das habe ich von Mama und Papa teilweise mitgegeben. Also hier überall entspringen Muskeln. Ganz einfach. So, so schaut der Wirbel eben vereinfacht aus. Das Teil da. Wenn man so einschaut, ist eigentlich schon einsch. Weil das schon hochzuberotisch ist. Also diese Struktur, diese Spongiosa da im Wirbel drinnen, je mehr Löcher die hat und je weniger Pächer die hat, desto mehr ist man in Gefahr hochzuberot zu bekommen. Aber, wenn man sich das da anschaut, dann sieht man, dass diese Spongiosa in alle möglichen Richtungen geht. Und die geht genau in die Richtung, wo ein Zug oder Druck auf den jeweiligen Knochen kommt. Das heißt, der Knochen baut sich so um, dass genau in der Hauptdruckrichtung die meisten Päckchen sind. Wenn ich also diesen Knochen nicht gescheit belaste über alle Richtungen, dann richtet er sich logischerweise nur in die eine Richtung aus. Und das Knochen, dieses Netz von Balken ist natürlich nicht so dicht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Personen aus unterschiedlichen Richtungen Reize erfahren. Zum Beispiel auch Geräteturner hat das sicher weit mehr ausgeprägt, als wenn einer zum Beispiel nur rein zweidimensionale Bewegungen durchmacht, weil einfach mehr Reize auf den Menschen einwirken. Und Verletzungen in Knochen oder Knochenbrücken entstehen meistens durch unerwartete, plötzliche Bewegungen, die der Körper nicht gewohnt ist. Nicht durch das Gewohnte. Sondern beim Skifahren, wenn ich irgendwann einmal verkante und auf einmal verdreht sich irgendwas. Das heißt, Unfälle passieren nicht durch die üblichen Kräfte. Deswegen ist es so wichtig, dass man es für Spielsport hat. Fremd gegen eine Einwirkung, dass man diesen Knochen in alle Richtungen vorbereitet. Muskeln, Sehnen genauso. Also Kollagen richtet sich auch aus nach der Zugrichtung. Ja, Atlas Axis, auf das scheißen wir jetzt einmal. So, das schauen wir uns nochmal ganz genauer an. Das ist eine große Relevanz für die Praxis. Aus verletzungsprophylaktischen Gründen, verletzungsprophylaktisch, aber auch aus leistungsorientierten Gründen. Leistungsorientiert meine ich damit, der Grund, wieso die meisten beim Deadlift versagen oben, ist, weil sie unten rund geworden sind. Und jetzt da oben eine runde Wirbelsäule gegen 300 Kilo oder was auch immer zu strecken, ist unglaublich schwer. Okay? 300 gängern noch. Das ist noch absolut viel, ich weiß nicht. 300 gängern noch. 300 gängern noch. 300 gängern noch. In Schwarz, diese schwarze Linie, zeigt die axiale Druckkraft an. Bedeutet, die Person steht aufrecht da. Okay? Mit einem Gewicht in der Hand. Die axiale Druckkraft zu Beginn, die auf einem Wirbel... Stell dir mal folgendes vor. Wirbel, Waage, Wirbel. Wenn du jetzt ein Gewicht in die Hand nehmen, werden die Wirbel zusammengedrückt. Zumindest alle Wirbel, die unter der Krafteinleitung liegen, also die Wirbel der Halswirbelsäule, werden nicht belastet. Die werden genauso wenig belastet, wie wenn ich kein Gewicht in der Hand habe. Kein Unterschied. Weil die Kraft ist unter diesen Halswirbeln. Die wird eingeleitet über das Schutterblatt in den Brustkorb. Alle anderen Wirbeln, wo die Waage dazwischen liegt, werden belastet. Und zwar, wenn ich so aufrecht stehe, schon mit einer gewissen Kraft. Komplett egal, was da jetzt steht. Okay? Sobald ich mich nach vorne beuge, sobald ich das mache, nimmt auf jeden Fall einmal, schauen wir uns die zweite Linie an, nimmt auf jeden Fall einmal die Scherkraft zu. Die Scherkraft ist zu Beginn Null. Wenn ich so aufrecht stehe und die Wirbeln sind genauso aufeinander, kann niemals das passieren. Kann nicht passieren. Also Null. Sobald ich den Oberkörper nach vorne beuge, seht ihr, nimmt die Scherkraft zu. Am größten ist sie natürlich, weil der Oberkörper genau waagerecht ist. Da ist halt die größte Scherkraft. Da will sie theoretisch wieder abnehmen. Und da ist sie auch wieder Null. Also Hyper-Extension, wo der Kopf runterhängt, ist unproblematischer als ein Deadlift. Von der Belastung her. Das ist komplett logisch. Die Frage stellt sich, warum nimmt die axiale Druckkraft zu? Warum mit dieser axiale Druckkraft? Wenn ich jetzt 100 Kilo in der Hand habe, ist klar, dass diese Waage 100 Kilo anzeigt. Logisch, oder? 100 Kilo liegen auf der Waage. Sobald ich aber das mache, 150 Kilo, 170 Kilo, 200 Kilo und so weiter. Obwohl ich nur 100 Kilo in der Hand habe. Warum? Ein ganzer Erfolg. Die perfekte Erklärung ist folgendes. Ich nehme eine Waage. Ich lege da die Waage rauf. Drücke auf die Waage rauf mit 100 Kilo. Die Waage hat auch ein gewisses Gewicht. Die Waage bin ich und das externe Gewicht. Sobald ich jetzt das mache, muss ich, damit die Waage mir nicht darunter fällt, mit mehr raufdrücken als mit 100 Kilo. Ich brauche mehr Anpressdruck. Und genau das macht die Muskulatur. Sobald ich mich mit einem Gewicht nach vorne neige, spannen die Muskeln mehr an, damit die Waage nicht nach vorne rutscht. Und dadurch nimmt auch die axiale Druckkraft zu. Egal was ihr macht, sobald irgendwer von euch den Oberkörper aus der Senkrechten in irgendeine Richtung bewegt, wird die Bandscheibe belastet. Und zwar zur Ausgangsposition um ein Vielfaches. Und wir sprechen von der Skala hier von einem geraden Rücken. Bei einem runden Rücken ist das den Wert vor jetzt im Kopf vor 10 Jahren. Ich weiß nicht ob das 100%ig stimmt. Wenn ich das ganze mache noch mit einem runden Rücken, nimmt diese Kraft um das 8-fache noch einmal zu. Das ist ein Wahnsinn. Das kann eine gesunde Wirbelsäule tolerieren. Aber es ist natürlich ein erhöhtes Risiko. Der Grund ist, weil die Kontaktfläche zwischen den Wirbeln, ich glaube das ist ja. Weil die Kontaktfläche zwischen den Wirbeln wird logischerweise um ein Hund wird kleiner. Und ein Druck steigt dann, wenn man nicht nur die Kraft zunimmt, weil die bleibt ja gleich, sondern weil die Kontaktfläche kleiner wird. Wenn die Wirbelsäule rund wird, wird die gleiche Kraft über kleinere Flächen und die wirbelsäule mit einem Messer stecken können. Aber mit einem Ziegelstein nicht. Also fahren wir mit einem... Aber ich bin mir nicht sicher, dass die Bandscheibe mit einem Ziegelstein stecken können. Wenn ich mit dem Stift mit 10 kg da rein drücke, tut es nicht so weh, wie wenn ich mit dem Stift mit 10 kg rein drücke. Also gleicher Druck, nur kleinere Fläche. Wenn die Wirbelsäule rund wird, wird die gleiche Kraft über kleinere Fläche abgeleitet. Oder wenn man den Lisa mit den Turnschuh auf die Eier steckt oder mit Stecklschuh. Stecklschuh tut mir weh. Ja, mit dem Stacker, ja. Ja. Aber mit Tapper. Alles klar. Ja. Okay, Lisa. Ja. Ich meinst du nix. Die Lisa übrigens... Ja, das war laut und laut. Schandal. 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 Ja, Bandscheibe. Hier sehen wir ein MRT von Bandscheibenvorfall. Das ist ein Vorfall, ein sogenanntes Roll-Ups. Da sieht man, dass dieser Bandscheibenkern in das Innere des Wirbelkanals eingetreten ist. Ein Vorfall. Ganz vereinfacht ist eine Bandscheibe folgendermaßen aufgebaut. Eine Bandscheibe schaut so aus, wie wenn es euch von der Heideklung so ein Ohne-Kalorien-Ding erlebt. So. Veggie. Veggie. Bitte? Ich. Das ist Katja. Ah, genau. So ein Ding. Und dann dieses Ding unendlich viel Gaffer-Bandl umbindet. Gaffer-Bandl herum. In alle unterschiedlichen Schichten. Ihr habt einen relativ weichen, flüssigen Kern und dann sehr viele kollagene Schichten, wie Bänder. So. Und wenn ich jetzt, oder ganz anders erklärt, ich nehme ein Luftballon und um den Luftballon binde ich so viel Gaffer-Bandl um, dass in der Mitte der Ballon ist und rundum so wie eine Scheibe aus lauter Bändern. Wenn ich auf den Ballon raufdrücke, möchte sich der Ballon ausdehnen und diese Druckkraft im Ballon wird in Zugkräfte und das Gaffer-Band abgeleitet. Kann man sich vorstellen, oder? So funktioniert eine Bandscheibe. Und wenn ich jetzt nur auf einer Seite dieses Ballons raufdrücke, dann möchte ich ja der Ballon in die andere Seite ausweichen. Wie ein Triple Whopper beim Mäcki, wo ich auf einer Seite reinbeißen und auf der anderen Seite fällt der ganze Scheißdreck raus. Wenn ich mich jetzt so nach vorne beuge, dann beiß ich vorne in die Bandscheibe rein und das ganze Innere der Bandscheibe wird nach hinten gedrückt. Deswegen passieren die meisten Bandscheibenvorfälle nach hinten. Nach vorne ist auch nicht problematisch. Weil was ist vorne? Der Magen, der Darm, irgendwelche Eingeweide. Da drückt die Bandscheibe am Darm, lasst einen schaßen, da ist es wie der Leiron. Nach hinten drückt die Bandscheibe auf den Wirbelkanal und da sind die Nerven drinnen. Das ist ein Problem. Also ich glaube 90 oder 95% der Bandscheibenvorfälle passieren nach Dorsalen, nach hinten. Sehr, sehr viele. Und die meisten in der Lendenwirbelsäule und in der HWS. Sehr, sehr wenige in der BWS. Warum? Weil die BWS hat den Brustkasten und der nimmt sehr viele Kräfte auf. Der lässt da nicht so große Bewegungen hinzu. Ich meine, das ist ein komplett starkes Konstrukt. Also der Bewegungsausschlag genau, es geht mehr. Die Rotation ist natürlich in Flexion und Extension stark minimiert. Ich will sagen, dass wir uns in der Kamera, die ich glaube 4K irgendwas ist, später an einer Upergerurigen vorgespielt wird. Ja. Da haben wir eine Bandscheibe von einem 17-Jährigen und von einem 55-Jährigen. Man sieht, der klare Unterschied ist einfach viel mehr Flüssigkeit, viel weniger Flüssigkeit. Sobald eine Bandscheibe porös wird, wird sie anfällig. Also eine gesunde Bandscheibe ist unzerstörbar. Die ist ein Wahnsinn. Die kann man auf den Körper mit einer Bandgarn aufschießen und die Bandscheibe piekt in der Wand drinnen. Das ist aber unverletzt. Ganzes Teil. Halt 300 Kilogramm pro Quadratzentimeter Druck aus bei einem undrainierten. Wobei z.B. der Wirbelkörper bei einem undrainierten nur 30 Kilogramm pro Quadratzentimeter Druck aushalten. Ich glaube nur ein Zettel. Das heißt, du sprenzt bei jedem Wirbel, bevor es die Bandscheibe jetzt fest bleiben wird. Die größte Kontaktfläche im Schnitt ist der lumbosakrale Übergang und da ist die Fläche auf der Bandscheibe 18 Quadratzentimeter ungefähr. Das kann man sehr ausrechnen. Man kann unglaublich viel Gewicht schuttern und das über die Bandscheibe ableiten. Eine Bandscheibe wird ernährt, und das ist wichtig, über Druckwechselbelastungen. Das bedeutet, der Bandscheibe ist eigentlich wie ein Schwamm. Einen Schwamm muss ich, damit dieser alte gründige Scheißtrick rausgeht wie bei den Asiaten in L.A. Das war Wahnsinn. Nein, das ist ethisch korrekt. Sorry. Ich muss die Geschichte erzählen, sonst glauben wir, dass wir aus dem Asiaten sind. Also, wenn man einen Schwamm hat und man möchte den ganzen Scheißtrick rausdrücken, muss man aufhören. Ich werde das immer sehr kurz sagen. Es war ja da, ich hätte ja noch die Geschichte vorgenommen, es war ja bei einem Airbnb, eine Airbnb-Erfahrung. Kurzum ist Olympia. Ja. Nur, dass man denkt, was redet da. So, man drückt auf den Schwamm rauf, diese Flüssigkeit wird rausgedrückt, und wenn man jetzt wieder den Druck wegnimmt, wird neue Flüssigkeit angesaugt. So ungefähr funktioniert das Ganze. Sehr, sehr, sehr exakt, also sehr metaphorhaft gesprochen. Das ist einmal die eine Möglichkeit. Druckwechselbelastungen. Egal wie, in welcher Frequenz, in welchem zeitlichen Abstand, in welcher Variation, in welcher Höhe, es muss zu Bewegungen kommen. Bewegungen sind Druckwechselbelastungen. Bedeutet Gehen. Jeder Schritt ist ein Druck und sobald diese Trägheit weg ist, kommt wieder eine Entspannung. Laufen, Gehen, Springen, Kroftraining, was auch immer. Bewegung. Bewegung ist das Wichtigste. Die meisten Bandscheibenvorfälle haben Lkw-Fahrer, Fernfahrer, sind weit in Führung. Warum? Wir sitzen den ganzen Tag und es kommen noch kleine Erschütterungen auf die Wirbelsäule. Eine ständig durchgehende, kleine Belastung ist der Tod für die Wirbelsäule. Ohne Bewegung eigentlich. Vor allem in einer leicht diffusierten, in einer Leitkundenhaltung. Weil keiner wechselt die Belastung. Keiner sitzt so da, da sind natürlich alle so drinnen. Ja, ich bin mit einer Hand mit dem Handy und vorne ein Lkw. Und der Bandscheibenvorfälle. Ja, manche machen das da. Genau. So, und die zweite Möglichkeit, wie sie eine Bandscheibe ernährt, dass sie eine komplett grepiert, wenn sie sich nicht bewegt, ist Osmose oder Diffusion. Das bedeutet, Nährstoffe, die fundieren auch durch die ganzen Membranen von der Bandscheibe durch im Schlaf. Aus dem Grund sorgt sich auch die Bandscheibe im Schlaf in der Nacht mit Flüssigkeit voll und man ist in der Früh um ungefähr 2-3 cm größer wie am Abend. Weil in der Früh, wenn ich aufstehe, wenn ich im Bett liege, ist die Wirbelsäule entspannt, Flüssigkeit geht rein und erst, wenn ich aufstehe, kommt ein Druck drauf und mit der Zeit geht diese Flüssigkeit weg. Das ist auch ein Grund, wieso man in der Früh, wenn man trainieren geht, aufsteht, im Gym wohnt und trainieren geht, sollte man sich mehr aufwärmen als am Abend. Weil man muss diese Flüssigkeit aus den Bandscheiben ein bisschen rausbringen und das dauert eine gewisse Zeit, weil ansonsten diese ganzen Längsbänder, das vordere Längsband und das hintere Längsband, die werden sehr stark gedehnt. Also wenn ich so Wirbeln habe, die übereinander sind und ich habe hier vorne ein Längsband drüber, also wirklich ein Tape, das ich so drüber bitte über die Wirbeln und da hinten auch, lauter Bänder. Und wenn jetzt das passiert, die Bandscheibe wird größer, dann werden diese ganzen Bänder gedehnt. Und wenn ich jetzt irgendein Krafttraining durchmache und mich irgendwie in der Wirbelsäule bewege, kommt noch mehr Dehnen drauf und bandhafte Verletzungen in der Wirbelsäule sind ganz, ganz vorne dabei. Die sind da sehr, sehr schwer zu lokalisieren oder rauszufinden, aber bandhafte Bewegungen sind der Hauptgrund für chronische Schmerzen in der Wirbelsäule. Wieso ich Probleme habe? Und da kann ich nicht viel machen. Verletzung, vernarbt und so weiter. Gut. Das lassen wir jetzt weg. Hier sehen wir noch einen Bandscheibenvorfall, einen Prolaps. Da sieht man sehr gut, dass im Knochen wird Blut gebildet, deswegen schaut der Knochen so aus. Und hier ist der Bandscheibenkern, hier ist der Nervenstrang und diese Bandscheibe tangiert den Nervenstrang. Es gibt dann unterschiedliche Ausprägungsformen von Bandscheibenproblemen. Nämlich das erste ist eine Protrusion. Protrusion sind Vorwölbungen. Bitte. Eine Protrusion ist nichts anderes als eine funktionale Anpassung an die Umwelt. Das ist an sich eine gute Sache. So blöd das klingt. Ein Werferschulter ist auch eine gute Sache. Bis das Ganze einmal pathologisch wird. Weil irgendwann übersteigt die Anpassung meinen Frame. So könnte man das nennen. Das heißt, mein Grundbau ist nur für eine gewisse Anpassung gebaut. Weil irgendwann ist das Ganze unnatürlich. Es ist unnatürlich 3000 Würfel in der Woche so zu machen. 100 Würfel zu machen ist natürlich. Das heißt, irgendwann ist diese funktionale Anpassung, ergibt das Ganze ein Problem. Genauso bei der Bandscheibe. Ein Problem ist dann, wenn diese Protrusion so stark ist, dass sie den Nervenstrang tangiert. Und dann gibt es Probleme. Ein anderes Bandscheibenproblem, das ich gehabt habe mit 23 Jahren glaube ich, ist ein Prolaps, ein Bandscheibenvorfall. Wo wirklich diese Ringe aufreißen und der Bandscheibenkern und das ganze Innere in den Nervenkanal rausgedrückt wird. Bitte, das kann sich wieder selbstständig oder wird sich wieder selbstständig rückgängig anpassen. Das vernarbt, verwächst und es ist wieder okay. Bandscheibenvorfälle sind nicht der Weltuntergang. Das ist kein, ich habe zig andere Gelenke im Körper, die ich trainieren kann. Natürlich, weil das im Zentrum ist, kann es problematisch sein, aufgrund von der Kraftableitung. Und dann gibt es noch Sequestration. Sequestration bedeutet, dass das Innere der Bandscheibe nach außen drückt und im Wirbelkanal herumschwimmt. Das ist ein Problem. Es muss operiert werden. So, da sehen wir eine Wirbelsäule, wie die in echt ausschaut. Man sieht da sehr gut eben diese Wirbelkörper. Dazwischen sind die Bandscheiben, die Endplatten der Wirbelsäule. Hier ist Ventral, hier ist Dormsal. Das heißt, hier hinten sehen wir die Lamina, die Rückseite vom Wirbelbogen. Das da hinten, das Fleisch, das sind die Rückenstrecker, ein Teil der Rückenstrecker. Und hier in der Mitte ist der Nervenstrang. Okay. Okay. Das ist ein super Video. Ich habe das ein Vorwahrungsvideo. Ja, das ist ein Vorwahrungsvideo. Alles gut. Alles gut. Am liebige Tag. Oh Gott! Am liebigen Tag. Wie, am liebigen Tag! Am liebigen Tag. Machen! Das ist auf jeden Fall eine dumme Sache. Deswegen, das würde ich jetzt wirklich nicht so beim Wort nehmen, was ich sage. Nur wenn man ein bisschen Probleme hat und man muss kreuzheben und man muss eine Schulterdrücken, warum auch immer, dann ist es vielleicht, wenn man es machen kann, eine bessere Idee, Kreuzheben und Schulterdrücken voreinander zu trennen. Warum? Weil wenn ich Kreuzheben mache, wird die Bandschwebe während dem Kreuzheben auf jeden Fall, egal wie es drittlich arbeitet, auf jeden Fall nach Dorsal gedrückt. Das heißt, es kann sein, dass diese Protusion weiter ausgeprägt wird während dem Kreuzheben. Kurzfristige Anpassung. Wenn ich dann Schulterdrücken mache, wenn ich eine äußere Kraft genau das Gegenteil mit mir machen möchte, mich in eine Hypolatose drückt, kann es sein, dass diese Bandscheibenprotusion wie mit einer Zange abgeklemmt wird. Also Bandscheibenvorfälle können auch passieren über eine Hypolatose, wenn schon eine starke Protusion vorhanden ist. So, dann haben wir den Brustkasten, schaut so aus, zwölf Rippenpaare, vorne ist das Brustbein, das Sternum und hier unten ist der Schwertfortsatz, hier entspringt auch der Rectus abdominis und auch bei den Rippen, fünfte bis siebte Rippe, der gerade Bauchmuskel und diese ganzen knorpeligen Anteilverknöcher mit der Zeit. Schaut es oben so aus. Hier hinten haben wir, das ist der Transversalschnitt, hinten haben wir den Wirbelkörper, Schwertfortsatz, hier ist das Vorderredengelenk. Das ist ein bisschen beweglich, sonst könnt ihr nicht einatmen. Expiration, Inspiration, dehnt sich der Brustkorb aus. Bänder der Wirbelsäule, ganz einfach, Transversalsalschnitt, das vordere Längsband, das hintere Längsband, da haben wir auch noch ein Haufen Bänder drinnen. Bänder sind Strukturen, die können nur eines, Bewegungen verhindern. Mehr können die nicht. Bänder kann man nicht willkürlich ansteuern. Okay? Ein Band kann nur eine Bewegung verhindern. Und zwar nur im Endanschlag. Deswegen, wenn ein Band noch mehr auf Zug kommt, ist er, wie wir sagen, und da kommt eine hohe Belastung drauf, ist er gleich verletzt auch. Also Bänder verhindern eine Bewegung im Endanschlag der Bewegung. Das ist, auf dem Sprunggelenk ist das am besten der Kennwort. Du bist im Endanschlag, es sichert nichts anderes, das Band sichert, ist die Kraft zu groß, reißt irgendwas ab. Oder der linke, ist der Wahnsinn. Der rechte Wahre. Ich glaube, das ist der Stuhren. Das ist nicht der Stuhren, ist er der Stuhren? Nein. Schauen wir uns die Muskeln an von der Wirbelsäule. Wir haben jetzt folgendes. Wir haben jetzt die typische Bauchmuskulatur und wir haben die Rückenstreckmuskulatur. Was ist der Unterschied? Na ja, die eine Muskulatur, die Bauchmuskulatur, liegt auf jeden Fall ventral von der Wirbelsäule, vorne und die Rückenstrecker, deswegen auch der Name Strecker, liegt dorsal von der Drehachse. Das heißt, alle Muskeln, die hinter der Drehachse, hier ist die Drehachse, hier von der Bewegungsanstaltung, die Drehachse. Alle, die dahinter liegen, können nur Bewegungen machen in eine Streckung. Okay? Rückenstrecker strecken die Wirbelsäule. Mehr können wir da nicht machen. Sie können natürlich auch rotieren und eine Lateralflexion machen. All das was da vorliegt, die typische Bauchmuskulatur, macht eher Bewegungen nach ventral, nach vorne. Gut. Was jetzt wirklich interessant ist, ist Folgendes. Wir haben hier, der Rectospine wird eingemantelt durch eine Faszie. Jeder Muskel und Körper liegt in einer Faszie drinnen. Diese sogenannte Fascia thoraculum balis, ist die Lendenrückenbinde auf Deutsch, ist eine sehr, sehr starke Faszie. Also wenn man Lungenbraten am Tisch liegen hat, dieses weiße Fleisch rund um und um, ist die Faszie. Die ist unglaublich dick, unglaublich stark. So, und in diesem Feuerwehrschlauch, der nicht komplett durchgeht um den Muskel, weil teilweise wird der Muskel auch begrenzt durch den Wirbel, sondern nur hier, liegen die unterschiedlichen Rückenstrecker drinnen. Und dieses Blatt der Fascia thoraculum balis, ist verbunden mit der Bauchmuskulatur. Man sieht, hier geht die Sehne, also die Sehne, geht eigentlich dieses Kollagen, diese Faszie weiter und teilt sich hier wieder auf und bildet zum Beispiel die Schicht vom Transversus Abdominus, von querverlaufenden Bauchmuskeln. Und vorne haben wir das Pendant zu der Lendenfaszie, nämlich die sogenannte Rectus-Scheide. Die Rectus-Scheide ist wiederum die Faszie, wo der gerade Bauchmuskel drinnen liegt. Alles hier ist faszial verbunden. Das bedeutet, nimmt meine Spannung in der Bauchmuskulatur zu, nimmt auch die Spannung in den Rückenstreckern zu. Reaktiv. Kraftableitung. Wir sehen hier jetzt im Transversalschnitt von innen nach außen die Bauchmuskeln, nämlich den Transversus Abdominus, der liegt am innersten. Dann den Obliquus Internus Abdominus und den Obliquus Externus Abdominus. Und vorne haben wir den geraden Bauchmuskel. Und hier eben die Rückenstrecker. Wenn man sich die Rückenstrecker genau anschaut, ganz schnell, Anatomie, bis ich jetzt kann, haben wir einen Lateraltrakt. Der laterale Trakt der Rückenstrecker sind alle Muskeln, das sind eher längere Muskeln, Longissimus Illocostalis. Das sind alle Muskeln, die weiter weg von der Drehachse verlaufen. Also wenn wir hier in der Mitte die Wirbelsäule haben, sind alle Muskeln, die laufen links und rechts eher weiter weg runter und rauf. Die meisten einfach von hier unten, vom Darmbeinkamm, Christeliaca, nach oben zu den einzelnen Rippen. Das sind einfach Bänder, Muskeln, eigentlich ein Faden, so stellt sich das vor, das hier unterläuft. Wenn ich hier anziehe, nur auf den einen Band, passiert das doch. Ansatz, Ursprung nähern sich an. Wenn ich hier und hier gleichzeitig anspanne, passiert das doch. Eine Streckung der Wirbelsäule. Also Illocostalis und Longissimus, Illocostalis ist der, geht zu den Rippen. Die Rippen sind nichts anderes als Verlängerungen des Querfortsatzes der Wirbelsäule. Das ist wie die Wirbelsäule eigentlich. Und der Illocostalis rennt hier ein bisschen näher. Diese großen Muskeln sind schon sehr kräftig und machen alle dynamischen Rückenstreckbewegungen durch eigentlich. Dann haben wir noch den Lateralen Trakt. Das ist eher das, wie sagt man, das gerade System, steht eh da. Und dann haben wir noch ein Schrägesystem. Schrägesystem bedeutet, das sind alle Muskeln, die verlaufen eher quer im Raum. Wenn ein Muskel quer im Raum verlauft, dann macht er eher Rotationen. Also diese querverlaufenden Muskeln machen eher Rotationen in der Wirbelsäule. Und wenn wir dann jetzt noch näher zur Wirbelsäule schauen, haben wir auch noch den medialen Trakt. Der mediale Trakt liegt einfach näher bei der Drehachse. Ihr seht, diese Muskeln liegen nicht nur näher der Drehachse, sondern auch sind viel kleiner und dünner vom Querschnitt her. Das sind diese kleinen Rückenmuskeln. Bitte, so ein kleiner Arschluckmuskel, der einen kleinen Querschnitt hat. Der ist nicht stark. Er ist nicht nur nicht stark, sondern er hat auch einen geschissenen Kraftarm. Er kann fast nichts machen da in der Wirbelsäule. Diese Muskeln haben eine sensorische Aufgabe. Warum? Das sind einfach wie Gummiringerl, die ich da in unterschiedlichste Richtungen entspanne. Und diese Gummiringerl haben Spannungs- und Längenänderungssensoren. Und die detektieren Längenveränderungen und Spannungsveränderungen. Das heißt, wenn es zu kleinen Bewegungen kommt, wird dieser kleine Muskel auf seine, und das ist wichtig, auf seine prozentuale Ausgangslänge viel stärker gedehnt wie ein langer Muskel. Stellt euch Folgendes vor. Stellt euch vor, ich spanne einen Muskel von hier, hier her, von dem Tornfortsatz da her. Und ich spanne einen zweiten Muskel von dem Querfortsatz da unten zu der Rippe zum Beispiel. Wenn ich jetzt diesen Wirbel um 30 Grad verdrehe, dann hat der kurze Muskel eine prozentuale Längenveränderung von seiner Ausgangslänge um fast 50%. Der lange Muskel hat eine prozentuale Längenveränderung von 20 cm plus 1 cm um 5%. Das heißt, diese prozentuale Längenveränderung ist der Grund, weshalb ich diese kurzen Muskeln brauche. Weil dadurch kann der natürlich viel feinfühliger agieren. Und Veränderungen dem Hirn melden und sagen, hey Alter, da passiert was, mach irgendwas dagegen. Oder registriere das Ganze. Das ist der Hauptgrund. Und deswegen macht ein Training in der Physiotherapie, oder was man auch immer, auf Slacklines und auf labilen, instabilen Untergründen Sinn. Weil dadurch kommt es ja, durch dieses Bewegungszittern, zu sehr kleinen, unerwarteten Bewegungen. Und diese kleinen Detektoren werden ständig gefordert, dass sie Signale ans Gehirn senden. Und der Muskel lernt. Halsmuskeln schauen wir uns jetzt nicht an, nur ein bisschen an. Ja, wie schon gemacht. Okay, perfekt. So, jetzt schauen wir uns an die Bauchmuskulatur. Ähm. Bauchmuskulatur. Ist vorhin noch. Hä? Da ist es. Ist vorhin noch gar nicht. Schematisch aufgezeichnet den Rectus Abdominis, den geraden Bauchmuskel. Schwertfortsatz, Prozessus Xiphoideus und fünfte bis siebte Rippe und geht runter bis zum Schambein. Da unten. Okay? Jeder Muskel entspringt und setzt an mit einer Sehne. Da unten ist eine Sehne, da oben ist eine Sehne. Ich glaube, ich würde entschuldigen, wenn das nicht stimmt, ich glaube, dass bei einem Kaiserschnitt versucht wird, nur ein Sehnenblatt durchzuschneiden und nicht der Muskel durchgeschnitten wird. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wäre auf jeden Fall natürlich besser, weil man kann eine Fast-Zettel besser zusammennehmen wie ein Muskel, den man durchschneidet. So. Und diese geraden Bauchmuskel besteht aus unterschiedlichen Kompartimenten. Das schauen wir uns dann nahe an. Und das seht ihr hier. Das sogenannte 6-Pack. Das 6-Pack ist in der Realität ein 8-Pack. Es gibt aber Leute, die haben wirklich nur 6-Pack. Es gibt Leute, die haben ein 4-Pack. Es gibt Leute, die haben ein 10-Pack. Oder ein 10-Pack. 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 Der gerade Bauchmuskel. Rein ist auf seiner funktionalen Aufgabe, macht eine Flexion. Ist ja logisch. Ein Muskelanspann. Näher da. Ansatz. An Ursprung an. Auf Flexion. Das bedeutet, möchte ich den Rektorsabdominis trainieren, muss ich irgendwelche Flexionsbewegungen durchführen. Das ist rein auf Optik, auf Muskelaufbau, auf Hypotrophie wichtig. Weil ein Muskel hypertrophiert stärker, viel stärker, wenn er dynamisch trainiert wird und nicht statisch trainiert wird. Also ich muss die Wirbelsäule bewegen. Am besten übe die volle Bewegungsamplitude. Pauschalisiert gesprochen. Damit ich diesen Muskel perfekt aufbaue. Das heißt, ich gehe von einer Hypolatose in eine maximale Flexion. Deswegen machen solche Übungen mit einem Lortosekissen Sinn. Wo ich mich in eine Hypolatose drüberlehnen kann. Oder crunche es auf einem Bosu Ball. Oder was auch immer. Auf einem Betsy Point. Oder Reverse auf einer Reverse Hyper. Also umgedreht auf einer Reverse Hyper. Aufbau. Für Muskelaufbau, zu dem kommen wir später noch, ist es allerdings auch wichtig. Ein Muskel hypertrophiert immer näher an dem Gelenk. Ein mehrgelenkiger Muskel. Bei dem Gelenk, das bewegt wird. Deswegen zum Beispiel. Hypotrophiert der Rectus Femoris. Ein Teil vom Bartrizeps. Bei Kniebeugnern eher vom Querschnitt her. Mehr hier im oberen Bereich. Weil das Hüftgelenk auch bewegt wird. Und somit wird der Muskel hier oben sehr stark exzentrisch belastet. Bei Beinstrecken hingegen. Bei Beinheben hypotrophiert natürlich vor allem der Vastus Mediales und Laterales, aber auch der Rectus Femoris eher im Knie nahen Bereich. Das gleiche gibt für die Bauchmuskulatur. Den Abschnitt der Wirbelsäule, den ich bewege und den oberen bewege ich eher bei Crunches. Hier hypotrophiert der Muskel stärker. Bei Beinheben bzw. bei Bekendrehen, Beine sind eigentlich komplett indirekt. Wurscht. Der Kuh muss da warten. Wurscht. Danke. Bei Bekendrehen, bei der Bewegung, weil das Becken nach vorne dreht, hypotrophieren eher diese unteren Kompetimente. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Das gilt auch für die schräge äußere Bauchmuskulatur und innere Bauchmuskulatur usw. Die schräge äußere Bauchmuskulatur, eigentlich sollten wir mit der anfangen. Weil die schrägere äußere Bauchmuskulatur, die man sehr stark sieht, die da hier, liegt eigentlich am oberflächlichsten, am nähersten an der Oberfläche. Das kann man sich so vorstellen. Ich spanne von hier, hier runter ein Tape. Ich spanne von hier, so über dieses Tape, picke ich hier ein Tape drüber und führe es so fort. Das ist eigentlich ein Muskelstrang, den wir aber unterschiedlich bezeichnen. Nämlich, das ist der äußere schrägere Bauchmuskel und hier, wenn er so weitergeht, ist der innere schräge Bauchmuskel. Der zieht eigentlich da rein und zieht so weiter runter. Also die äußere schräge Bauchmuskulatur, alle Phasen, die man hier sieht, die so runtergehen, ist die äußere schräge Bauchmuskulatur. Und die innere schräge geht genau kreuz, rechte, wickel eigentlich dazu. Das heißt, diese äußere schräge geht über die rechten Scheide, über diese innere schräge Bauchmuskulatur. Bedeutet, bei allen Rotationsbewegungen, Wood Chopper oder was auch immer, ich bin auf der Hyper Extension und mache eine Rotation durch. Alles wo ich rotiere, bei einem Russian Twist zum Beispiel, bei allen diesen Baubübungen, wo ich mit der Wirbelsahle rotiere, trainiere ich auf einer Seite, je nachdem welche Übung ich mache, trainiere ich auf einer Seite die äußere schräge Bauchmuskulatur und gleichzeitig auf der gegenüberliebenden Seite die innere schräge Bauchmuskulatur mit. Die innere Schräge sehe ich natürlich nicht. Das ist für die Optik relativ egal. Ich möchte eigentlich gar nicht trainieren, weil es den Rumpf vielleicht wandern, dann macht es einen Prada. Aber ich kann das nicht voneinander isolieren. Außer, da geht es auch nicht, bei Lateralflexionen. Bei einer Lateralflexion trainiere ich nämlich die äußere Schräge und die innere Schräge der gleichen Seite. Wenn ich da ein Gewicht nehme und ich mache das, trainiere ich hier die äußere und die innere schräge Bauchmuskulatur und einen Teil von der Rückenstrecker und einen Teil vom Rectus Abdominis. Jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Nämlich jeder, der der Beautiful Babe oder Man oder Barilla oder was auch immer sein will, will das da haben, die Straße zum Glück. Nämlich dieses fette Teil darunter und jeder fragt sich, was ist das eigentlich? Natürlich. So. Mir ist auch wuscht. Mir ist auch wuscht. Dies Teil ist folgendes. Das sind eigentlich die Ansätze der schrägen äußeren Bauchmuskulatur am Leistenband. Am Leistenband setzen sehr, sehr viele Bauchmuskeln an. Erstens einmal wird das Leistenband, das ist ein sehr, sehr starkes, dickes Band, das muss unglaublich viel Zugspannungen aushalten. Und das Leistenband ist eines der wenigen Bände, das nicht über ein Gelenk drüber geht, sondern von einem Knochen zum gleichen Knochen geht. Nämlich folgendes, das Leistenband geht vom oberen vorderen Darmbeinstachel von dem Punkt da runter zum Schambein. Warum habe ich das Leistenband? Naja, es ist eigentlich ein Abstandshalter. Weil hätte ich das Band nicht, müssten alle Bauchmuskeln hier ansetzen. Und wenn alle Bauchmuskeln hierher ziehen, dann wie sollen irgendwelche Gefäße oder Arterien in den Unterkörper gehen. Das heißt, ich brauche hier ein Vorrahmen, ein Loch. Und dieses Loch bildet das Leistenband. Und das Leistenband verbessert meinen Kraftarm der Bauchmuskeln. So. Und wenn ich jetzt von hier, hier unter ein Band spanne und an dem Band meine äußere schräge Bauchmuskulatur anmache und die innere schräge Bauchmuskulatur anmache, das schwarze Band hier und die ziehen ständig daran, dann wird dieses Band hypertrophieren. Wenn noch wenig Fett drüber ist über dem Band, dann sähe ich das Band viel besser. Wenn dann zusätzlich noch, wie bei sehr vielen Sprintern, die Muskeln, die unter dem Band verlaufen, nämlich der Hüftbeuger, der Iliopsoas, der Iliopsoas ist der Lungenbraten vom Schwein oder vom Menschen. Wenn der dicke Hüftbeuger so hypertrophiert, und wenn man sich das anschaut bei Sprintern, ist der extrem arg hypertrophiert. Der hat so einen Querschnitt. Weil der muss ständig das Bein heben. Dann drückt dieser Muskel das Leistenband von unten an die Oberfläche. Und wenn irgendwas an die Oberfläche gedrückt wird, kommt es zum Vorschein. Also wenn man liegen ist, wenn man viel Bauchmuskeltraining macht, damit vor allem diese unteren Phasen der Bauchmuskeln hypertrophieren. Und wenn zusätzlich noch, wie bei Kampfsportarten oder bei Sprintern, dass der Iliopsoas stark hypertrophiert, dann wird dieses Leistenband an die Oberfläche gedrückt. Das Wichtigste ist ein Glanzbecken. Wie kann man denn Iliopsoas trainieren? Alle Beinhebvarianten. Immer, wenn das Bein gehoben wird. Alle Hüftbeugevarianten. Also Leg Races oder zum Beispiel isoliert. Du stößt mit einem Bein hin, dann ist die Hüfte fixiert. Dann kannst du das Becken nicht drehen. Dann schaltest du die Bauchmuskeln aus. Und du legst dir hier stehend einfach so mit geraden Arm ein Hantel auf den Oberschenkel. Und machst das. Also was wir da tun, aber es sind jede Hüftbeuge. Oder du machst zum Beispiel stehen und einfach so anhalten mit einer Fußmanschette von hinten die Bewegung. Und genau das was Kampfsportler machen. Irgendeinen Kick mit dem Bein nach vorne. Und genau die haben ja dieses stark ausgeprägte Leistenband. Also Beinhebvarianten sind sicherlich sehr gescheit. Was auch immer oft gefragt wird ist, okay, was ist denn das so dazwischen drinnen? Also das sogenannte Linear Alba. Ich meine, da treffen sie diese ganzen Faszien Schichten, treffen sie mehr oder weniger doll in der Mitte. Die Breite von dieser Linear Alba ist eigentlich, wenn es nicht irgendwie krankhaft ist, genetisch festgelegt. Okay. Es gibt wenigere Schwächen, die so sehr stark auseinander gehen. Das hat man beim Ronny Kohn den ganzen Schluss gesehen eigentlich. Der hat schon so eine Linear Alba gehabt. Okay. Am Anfang war es ziemlich knapp zusammen. Und was es liegt? Weiß ich nicht. Ist ja, keine Ahnung, Gat-Hypertrophie durch irgendwelche Wachnusshormone. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt ist das genetisch vorbedingt. Was der Alba angesprochen hat, auf was ich noch ein wenig genauer eingehen will, sind diese Zwischenszenenplatten, die man da sieht. Und der Alba hat ja schon gesagt, es gibt sowas wie ein 7-Pack, ein 8-Pack, 10-Pack, was auch immer. Es kommt immer nur darauf an, wie viel dieser Zwischenszenenplatten habe. Wenn man diesen Herrn da anschaut, ich glaube es ist ein Herr, dann hat er hier eins, zwei, drei. Im Endeffekt hat er somit die eingeteilten Kompartimente, der liegt ob ich unter der Brustmuskulatur, weil eben das Duttel da oben drüber hängt. Okay, über das erste Kompartiment. Das heißt, wir haben hier das erste Kompartiment, das zweite Kompartiment, das dritte Kompartiment und hier das sehr lange ausgeprägte vierte Kompartiment. Das kann natürlich sein, dass er, weil er da noch relativ blad ist, eventuell hier noch eine Intersektion Nesbendinea drinnen hat. Okay. Kann natürlich passieren, oder kann sein, er hätte einen 10-Pack. Im Endeffekt haben wir hier eins, zwei, drei, vier Kompartimente pro Seite, somit hätte der Mensch einen 8-Pack. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie trainiere ich das da oben an? Und meistens kommt die Frage, wie trainiere ich das da unten? Warum kommt die Frage, wie trainiere ich das da unten öfters? Weil man es da unten eigentlich nicht so gut sieht, wie das da oben. Das liegt nicht unbedingt an der weniger ausgeprägten Bauchmuskulatur. Das liegt meistens am abdominalen Fett, was ich da unten habe, am Subkutanen. Was da unten schwerer weckt, als da oben. Wenn jemand richtig lean wird, das wisst ihr alle, da oben sieht man schneller, da unten das dauert. Das ist übrigens das Gleiche beim Rückenbereich hinter. Relativ lean bin ich ziemlich schnell am oberen Rücken. Da unten. Das dauert. Vor allem bei Typen bis das dann wirklich komplett weg ist. Das ganze Fett. Hat nicht falsch gemacht. Ist wurscht. Wenn ich jetzt aber trotzdem sage, ich würde das da unten speziell trainieren, dann ist das, was der Andi gesagt hat, sehr richtig. Ich muss versuchen, mich von unten an den Muskeln zu nähern. Das heißt, alles wo ich mich von unten einrolle, sind die Übungen, die eher die unteren Kompartimente trainieren. Und die Magen von unten einrollen, nicht unbedingt, wie ich zuerst gesagt habe, Beinheben. Weil Beinheben hat eigentlich mit der Wirbelsäule nichts zu tun. Und was hat das damit zu tun, wenn ich den Haxen da hebe? Das heißt, nicht unbedingt, dass ich die Wirbelsäule einhole. Okay? Das heißt, wenn ich wieder auf die Straßenleiter, auf die Deckenleiter hinhänge und nur die Beine hebe und eigentlich in der Wirbelsäule nichts mache, also wenn das von der Wirbelsäule von der Seite her so ausschaut, okay, dann hat das eigentlich direkt mit den unteren Kompartimenten des Bauchmuskels aktiv-dynamisch nichts zu tun. Erst, wenn ich hochgehe, und das Ganze kann ich jetzt nicht, weil sonst müsst ihr den zweiten Fuß aufheben, dann holt ihr mich auf die Kuschen oder den Rücken. Erst, wenn ich hier unten rund werde, also wenn ich das ganze Becken mitnehme, dann trainiere ich aktiv-dynamisch meinen Bauchmuskel. Isometrisch haltend habe ich ihn auch so dabei, weil angenommen der Üb hängt es jetzt an die Straßenleiter, hängt es jetzt an die Straßenleiter an, okay, dann würde, wenn das ganze Hacken und dieser ganze Achselapparat da, ja, da drauf hängt, würde mehr oder weniger das Becken so nach vorne klappen. Jetzt habe ich Gott dank Bauchmuskeln, den geraden Bauchmuskeln, die das Becken in dieser Lage hält. Das heißt, ich falle nicht in ein Hohlkreuz, somit ist rein beim Hang, schaue die gerade Bauchmuskulatur haltend isometrisch dabei, deswegen spürst du es. Wenn der Mensch jetzt diese Beine nach vorne gibt, dann nimmt natürlich der Lastarm zu und die Haltearbeit der Bauchmuskulatur nimmt ebenfalls zu. Das bedeutet, ich trainiere so dynamisch meine Hüftbeuger, aber statisch isometrisch trainiere ich trotzdem meine Bauchmuskeln, okay. Aber dann natürlich isometrisch. Isometrisch habe ich nicht so eine Muskelaufbauwirkung wie dynamisch, das wisst ihr alle, sonst würden sich alle beim Biceps gehören so da schneiden, 30 Sekunden lang. Das macht ja keiner, okay, ich mach das ja alle das hier. Weil ihr wisst, instinktiv, oder weil ihr irgendwo gehört habt, oder weil ihr die ganze Zeit so seht, dass das den Muskeln mehr aufbaut als nur das hier, okay. Weil Bauchmuskel ist das gleiche, Beinheben, super für den Hüftbeuger, natürlich auch für die Bauchmuskulatur isometrisch, haltend, okay. Aber für den Muskelaufbau wäre es wichtig, dass diese Person sich nach oben mit einrollt. Das heißt, ich suche jetzt, wenn sie den unteren Bauchmuskel trainieren wollte, suche sie zu versuchen, eigentlich die Wirbelsäule richtig rumzumachen im unteren Bereich. Eigentlich ein Trieb einzurollen. Jetzt sagen die meisten, ja, das ist zu schwer. Der Klo ist schwer. Das heißt, der Krafttraining. Wenn das im Hang zu schwer ist, gibt es die Möglichkeit, auf ein Schrägbrett auszuweichen. Deswegen haben wir hier oben, also im ersten, in der Galerie, auf der Galerie, ein Sposmont mit einem Schrägbrett. Das kann man in unterschiedlichen Höhen einhängen. Wenn ich jetzt das ganze Spredel leicht schräg einhänge, mich hinten anhäle und mit einem von unten einrolle, ja, dann habe ich eine Erleichterung dieser Übung im Hang oder einen Stütz und kann somit wirklich fein dosiert, je nach Kraftniveau, bei den unteren Bauchmuskeln trainieren. Und kriegt genau den Abschnitt zusammen. Ich würde euch generell empfehlen, also, das habe ich immer gemacht, vor zwei Jahren, das war meine einzige Bauchübung, Becken drehen mit Rotation einbauen. Also ich finde, das ist eine von den besten Bauchübungen für die Optik, wo man eher seine schräge äußere Bauchmuskulatur im unteren Bereich zum Hypertrophieren bringt. Becken drehen und während der Rotation vom Becken das Becken in eine Richtung dreht. Das heißt zum Beispiel, im Hang könnte man es so machen, wo ich einfach einmal mit den Knie zum linken Ellbogen gehe, einmal zum rechten Ellbogen. Okay? Wie gesagt, was ich nie mache, ist gar nicht so wichtig. Becken kriegt man sich das Becken noch probiert. Versteht ihr den Unterschied zwischen, was ich in der Hüfte mache und was ich in der Übelsahle mache? Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Und jetzt sage ich, wie ich die oberen Kompetimente habe. Das ist dann leicht. Ich bin durch jeden normalen Crunch an die oberen Kompetimente primär trainiert. Eins gehört aber dazu gesagt, wenn ich einen normalen Crunch mache, ist eins fix, ich trainiere die unteren Kompetimente mit. Nicht so effektiv, aber ich trainiere sie mit, weil wenn die nicht anspannen würden, würden sie die Kraft vom oberen Kompetiment auf das untere Kompetiment niemals übertragen. Verständlich? Das muss zumindest isometrisch angespannt werden. Aber mehr als das maximal dritte Kompetiment, wenn ich sehr beweglich bin, kriege ich dynamisch durch einen normalen Crunch an. Kriege ich nicht. Außer ich habe die schwarzen Beine, die es weltweit gibt. Weil, weiß ich nicht, wenn sich diese Person am Boden liegt und die rollt sich auf, dann rollt sich immer mehr des Körpers, hebt sie an und dieser Gesamtkörper, das Gesamtkörperkonstrukt will in die Richtung fallen. Was ist das Fuss tun? Ich lieg da am Boden, wo ist der Kopf? Ich kann mich nicht hinlegen, ich komm nicht mehr rauf. Okay? Ähm, ist halt so, ne? Ich lebe ganz gut damit. Also, ich muss mich nur einmal auf den Hoch hinlegen und... Den habe ich nicht gerechnet. Warte, schau. Der Struck. Bleib. Jetzt tun wir lachen. Also, ich lieg, ich lieg, das wird eigentlich nicht passieren so alles. Also, vorne in so einem Boden liegt und da ist der Kopf und da sind die Haxen. Und ich rolle mich auf. Dann wird irgendwann das Ding, das in der Luft ist, schwerer, als das Ding, was da auf der anderen Seite vom Drehpunkt ist und mein System kippt. Ich kann mich also nicht unendlich weit aufrollen. Wer hat es nicht verstanden? Ich komme maximal bis hierher rauf. Und ich krieg nur diese Kompartimente. Das heißt, ein normaler Crunch trainiert primär oben. Ein Crunch von unten eingerollt, trainiert primär unten. Und wie der Andi gesagt hat, wenn ich eine Rotation einbaue, egal ob von oben oder von unten, dann kriege ich primär die schräge äußere und auf der anderen Seite die schrägere innere Bauchmuskulatur. Die übrigens für die Wirbelsäulengesundheit fast mehr Relevanz hat, direkt, wie der gerade Bauchmuskel. Okay? Weil der hat auch viel direkterer Einfluss zur Wirbelsäule auf die Wirbelsäule. Ich würde generell zum Bauchmuskeltraining sagen, weil da steht überhaupt zur Debatte, ob ich die Bauchmuskulatur aus optischen Gründen trainieren sollte oder nicht trainieren sollte. Weil einige sagen, dass durch Bauchmuskeltraining wird die Teile breiter und das möchte ich nicht haben als Bodybuilder. Ja, Bullshit. Meiner Meinung nach hat er auch kompletter Bullshit. Vor allem das leidet sich teilweise auch von Sportarten wie Strongman, wo man eben auch sagt, okay, ein Strongman hat eine breite Teile, weil er ständig Lassen von Punkt A nach Punkt B trägt und da ist der Rumpf sehr stark dabei. Er macht viele Flexionen, Rotationen in der Wirbelsäule und so weiter. Bitte, ein Strongman hat eine breite Teile, weil er Strongman ist. Der braucht so ein Becken und so einen Brustkorb, sonst wäre kein Strongman geworden. Deswegen hat er eine breite Teile. Nicht wegen einem Bauchmuskeltraining. Das ist wie wenn ich sage, wenn ich Basketball spiele, wäre 2,20 Meter groß. Auf DT kommt auch keiner. Vor allem die Bauchmuskulatur ist die einzige Muskulatur, die eher auch nach innen hypotrophieren kann. Bei jedem anderen Muskel habe ich innen einen Knochen. Der Bizeps kann nicht nach innen hypotrophieren, weil da habe ich den Knochen, den Humerus drunter. Da habe ich nur Eingeweide drinnen. Du kannst dann einen Brustkorb rein und dann geht der Brustkorb ab. Also für Bauchmuskeltraining, wer das anstrebt, das Ziel hat, auf jeden Fall trainieren. Genauso wie jeden anderen Muskel. Und zwar auch mit allen anderen Regeln. Weil für Bauchmuskeltraining werden oft andere Richtlinien erfunden auf einmal, wie für jeden anderen Muskel. Wie zum Beispiel, ich darf nur 15 wiederholen machen. Oder ich brauche einen langen Time and Attention. Bitte verabschiedet euch von diesen Gedanken. Auch wenn die Bauchmuskulatur eher langsam ist. Eher langsam. Heißt das nicht, dass sie ausdauernd trainiert werden sollte. Sondern auf Hypotrophie. Schwer und genauso mit Satzpaus und alles andere. Wie jeder andere Muskel. Da ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Wenn es an Hypotrophie geht und an Optik, dann ist genau das der Weg, den man gehen muss. Wenn es um Gesundheit geht, dann ist das Training mit mehr Wiederholung, mit langen Time and Attention, das korreliert eher mit einer Rückengesundheit oder mit wenig Wiederholung und Schwergewicht. Das heißt, wenn ich versuchen will, dass jemand da auch lange herkommt, der hat Rückenprobleme, oder er will eben keine Rückenprobleme haben, dann ist der erste Schritt, dass ich so genannt die statische Kraft ausdauer, wo es ja immer genau ist mit Kraft ausdauer, wie lange es dauert. Aber ich sage jetzt einmal, Anspannungszeiten von einer Minute aufwärts. Okay? Weil ich genau das trainiere. Das ist für jemanden, der Rückenprobleme hat das Wichtigste. Und statisch meine ich, dass ich eben in der Wirbelsäule nicht rund werde oder wieder überstrecke. Dass ich nicht rotiere oder seitneige. Sondern, dass ich den Bauchmuskel belaste in einer statisch gehaltenen Wirbelsäule. Die typische Übung bei der Plank. Der Side Plank. In der Hyper-Extension einfach drinnen liegen. Mit starrem Rücken. Ob ich den Becken bewege oder nicht, ist egal. Aber der Wirbelsäule darf nicht drehen. Sogar die Pal-Off-Press. Wo ich an einem Kabelzug stehe. Und ich halte ein Kabel und strecke den Oren so nach vorne. Das Kabel zieht in die Richtung und ich versuche mich nicht zu verdrehen. Das nennt man statisches Training. Weil ich an der Wirbelsäule nicht verdrehe. Das ist für die Muskelaufbau nicht so sinnvoll. Okay? Aber für jemanden, der Wirbelsäulen Probleme hat, ist das eigentlich der einzige Weg, dass er die Probleme besser in den Griff kriegt. Wenn er die in den Griff kriegt. Und wenn es dann darum geht, dass die Person dann vielleicht noch etwas mehr Muskel aufbauen will. Und das auch optisch herzeigen würde. Nachgesehen von der Diät dazu. Dann muss ich auf dynamische Training wechseln. Richtig schweres Gewicht. Oder dynamische Übungen. So richtig schnell dynamisch. Explosive Übungen. Wie zum Beispiel so ein Russian Twist. Der rein auf der Wirbelsäule passiert. Und nicht aus dem Becken. Wo ich so einen Stangen habe da. Handelsstangen. Und ich traf von der Seite auf die andere Seite. Und wir wirklich rund in der Wirbelsäule. Unverdreh mich. Das sind Übungen, die sich wirklich personenfortbehalten. Die erstens einmal dieses statische Kraft Auto Training durchgelaufen haben. Die genügend Muskelmasse aufgebaut haben. Durch dynamisches, langsames Training. Und die das für die Sportart brauchen. Kampfsport zum Beispiel. Stoß- oder Hurfsportarten. Die benötigen das. Rückschlagsportarten. Okay. Aber auch andere Leute benötigen das nicht unbedingt. Und ich würde diese Übungen sehr sexy ausschauen. Okay. Würde ich nicht unbedingt einen Trainingsplan geben. Für Leute, die es nicht unbedingt brauchen. Diese dynamischen Übungen. Weil da ist natürlich schon das Problem. Dass ich das eh nicht mehr absichern kann. Weil. Stellt euch vor. Ich habe da eine Hantenstange. Ich habe 2,20 Grad drauf. Drei mehr auf die Seite noch. Beschneidig auf die andere. Muss ich das Ganze auffangen. Das Ganze wird nicht muskulär aufgefangen. Sondern eben in den Bandstrukturen. Wie der Andes zuerst sagt hat. In der endgradigen Bewegung. In den Bandscheibenstrukturen. Weil Bandscheiben sind nichts anderes. Zumindest die Ringe wie Bänder. Okay. Und es fängt sich jedes Mal in einem runden Rücken. In einem verdrehten Rücken. Was für die Bandscheiben ein Horror ist. Jedes Mal in der endgradigen Ausprägung. Die diese Hand läuft. Das ist ein Horror. Also ich muss das wirklich lernen. Die Übungen schauen geil aus. Sind aber wirklich problematisch für die meisten Leute. Ich habe noch einen Punkt erklärt zu den Rückenstrecken. Bei denen haben wir noch einmal dazu gesprochen. Wie sich ein sogenanntes Christmas Tree ausprägt. Was es überhaupt ist. Das kennt auch jeder Tag. Dass man sehr lehn ist. Und gut ausgebildete Rückenstrecken hat. Und eine gewisse Pose einnimmt. Die Pose schaut meistens so aus. Dass man den Hintern sehr fest anspannt. Oder ein Bein nach hinten streckt. Und gleichzeitig einen Rundrücken macht. Und die Arme nach hinten zieht. Das ist diese Anfangspose. Wo man den Latte aufzieht. Eigentlich. Eigentlich. Ich habe auch angesehen. Aber ich komme über die Sonne ins Predigt. Und dann kommt das Christmas Tree. Kommen diese Rückenstrecker sehr stark zum Vorschein. Die sind folgendes. Also dieser Christmas Tree ist sehr stark zum Vorschein. Das ist folgendes. Als erstes, wo man das erst mal ein Foto gesehen hat. Bei den anderen Rücken dort. Das ist da. Also diese Fasern hier. Diese Streifen. Hier oben und so weiter. Das sind hauptsächlich. Weil das hier. Hier ist relativ wenig Muskelmasse. Natürlich liegen hier die Rückenstrecker drunter. Aber das ist sehr, sehr oberflächlich. Das wird gebildet hauptsächlich durch die Faszie. Durch die Lendenrückenbinde. Und zwar folgendermaßen. In die Lendenrückenbinde. In dieses Faszienblatt. Strahlt von unten der Gluteus Maximus ein. Der geht mit seinen Fasern. Mit seinen Ursprungsfasern. Hier diagonal. Hier rein. Zieht hier rein. Teilweise drüber. Und hier oben geht der Latissimus weiter. Man sieht, der Lat setzt hier an der Faszie Thoraculombales an. So. Und wenn man jetzt hier diese Faszie Thoraculombales hat. Und hier oben kommt der Lat runter. Da ist die Faszie. Und hier unten ist der Gluteus Maximus. Wenn man jetzt das macht. Man spannt den Lat an. Weil das ist ja nichts anderes als den Lat anspannen. Dann. Man spannt den Hintern an. Indem man hier das Bein nach hinten streckt. Spannt der Muskel an. Und der Muskel. Und ihr seht es. Es entstehen diese Fasern hier. Und was geht ihr noch rund im Rücken? Weil ihr leichtes nach vorne bringt. Es drückt diese Fasern auch zur Oberfläche. Indem ihr Hund wird. Haben auch gut ausgeprägte Rückenstrecke. Die jetzt noch mehr an die Oberfläche drückt. Und das ist ein Christmas Tree. Das heißt durch die richtige Pose. Durch das richtige Anspannen. Kommt das zum Vorschein. Und was ihnen gefällt. Genau. Was natürlich sehr geil ausschaut dann. Weil oft die Frage ist ja. Ich trainiere die Baubenskröte mit Beschuppe, Drücken, Kreuzheben, Kniebeugen und so weiter. Ja, das spannt auf jeden Fall an. Die muss Kräfte übertragen. Aber irgendwann. Die Baubenskröte sollte nicht das limitierende Element sein. Somit wird sie ja nie als limitierendes Element am besten trainiert. Sie wird mitgetrainiert. Aber es reicht nicht aus, um zum Beispiel auf einer Bühne zu bestehen. Es reicht nicht aus, um ständig schmerzfrei zu bleiben. Es reicht nicht aus, dass ich extrem wohl ungewohnte Lasten übertragen kann. Wie im Footballfeld oder sonst irgendetwas. Das heißt ja, es ist okay, wenn ich mir eine Zeit lang die Baubenskröte weglasse. Und nicht spezifisch trainiere. Wenn man Kraft 3 kann finden, wenn ich die Zeit lang nicht habe. Okay. Mein Fokus war an das Blick. Aber in Summe soll die Baubenskröte und die Lundmuskulatur immer mittrainiert werden. Wie jede andere Muskel auch. Punkt. Und der ist bei jeder Leistung dabei. Der Bizeps nicht. Man sagt, für den finde ich eh Zeit. Für den finde ich keiner Zeit. Sagen wir mal so. Wenn du funktional mit Sportarten verbindest, dann ist sicherlich das Statische immer ein Element von dem Training. Weil eben das Kräfte übertragen in eine starre Wirbelsäule, es hängt von der Sportart ab. Kampfsportarten muss in der Wirbelsäule rotieren. 100%ig. Trotzdem müssen auch Kräfte über eine strafreie Wirbelsäule abgeleitet werden. Das ist sicherlich immer ein mitlaufendes Element. Wahrscheinlich umso näher zum Wettkampf, umso mehr Dynamik ist drinnen. Aber statisch ist sicherlich das Wichtigste. Also der Bauchmuskulatur ist nicht die Bauchmuskulatur, die Rundmuskulatur ist nicht dazu gebaut, hohe Dynamiken zu erzeugen. Eben, wie lange Muskelfass und so weiter. Eher düner Muskeldurchschnitt. Ich kann aus dem Muskel keine Power erzeugen. Die Power kommen aus der Gesäßmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, Schultermuskulatur, Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur. Und die muss übertragen werden über die Umfmuskulatur. Das heißt, das ist das Wichtigste, wie du richtig sagst, das Wichtigste für Performance ist sicher, dass ich einmal trainiert, dass die Kraft hier übertragen werden kann über eine relativ starre Wirbelsäule. Wenn ich dann aber zu den letzten Prozent einer Leistung komme, dann ist es wichtig, dass ich das in jeder Position verriegeln kann, die Wirbelsäule. Dass die Muskulatur in jeder Position der Hauptaktor bleiben kann. Und dass ich vielleicht durch eine Rotation an der Wirbelsäule noch ein paar Prozent mehr raushole. Das ist das perfekte Beispiel für Kugelstoßen, wenn die Kraft aus dem Unterkörper kommt und auf das Schultergelenk übertragen werden soll. Das heißt, ich mache im Unterkörper irgendeine Drehung eine Beschleunigung aus dem Hüftgelenk oder Hüftstreckung. Und diese Hüftstreckung passiert so schnell, so eine große Beschleunigung, dass der Oberkörper diese Trägheit, das ist nichts anderes als eine Trägheit, nicht nachkommen kann. Passiert das, dass der Oberkörper eigentlich hinten bleibt. Das heißt, null von der Kraft wird auf das Schultergelenk gebracht. Nichts passiert oben. Das heißt, diese Kraft muss über eine starre Wirbelsäule mitgebracht werden. Ein bisschen bleibt sehr hinten die Schulter, wenn wir vorspannen, aber ich möchte, wenn man es nicht mitgenommen wird, was ist ein Problem. Dann ist der Unterrett eingesetzt. Das ist, jeder der eine Kugel stoßen kann, stoßt die Kugel über ein Gesicht, über die Beinmuskulatur. Jeder der nicht stoßen kann, stoßt über die Schultermuskulatur. Einige, perfekt stoßen, stoßt über die komplette Muskulatur logischerweise. Also, statisch, dynamisch, entschuldigung, statisch, isometisch Turnieren ist sicher die Grundlage, egal für was. Okay? Für Optik ist für Dynamik die Grundlage. Für Leistung im Footballfeld zum Beispiel brauche ich beides. Für Leistung im Kampfsport brauche ich beides. Weil du kannst auch nicht immer nur stark bleiben. Ganz kurz, da musst du unterscheiden. Wenn die Dynamik eine Wichtigkeit hat in deiner Sportart, dann ist natürlich das Risiko erhöht. Das ist immer so bei sportartspezifischem Training. Und dann bringt dir das relativ wenig, dass du so dynamisch die Bauchmuskulatur trainierst, wie für Hypertrophie. Also, das bringt für einen Kugelstoßer relativ wenig, nur verletzungsprophylaktisch ein bisschen was in der Muskelmasse. Wenn du jetzt so gut Chopper machst, dann musst du eigentlich die Bauchmuskulatur auf Maximalkraft trainieren. 1 bis 5 Wiederholungen. Sehr schwer. Sehr schnelle Beschleunigung. Das ist halt wirklich High End Form. Okay? Also, diese sportartspezifische Dynamik hat wenig zu tun mit der hypertrophiespezifischen Dynamik. Da ist ein Unterschied. Nichts nicht. Kwonenst du so gut schlägt? Ja.